Scharf nach links abbiegen. In 400 Metern nach links abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Alles klar, Kumpel. Du bist in einer sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Die Meisterschaft wird in einer sehr guten Position. 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 Die Meisterschaft wurde in einer sehr guten Position. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir sind fertig in Nizza-Marsena. Kommt zum Treffpunkt, wenn ihr weitermachen wollt. Dann starten wir die nächste Etappe unserer Autotour. In 100 Metern nach links abbiegen. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Unser Champion hat entschieden, dass wir nach Sistoran fahren. Das wird eine lange Fahrt. Macht das Beste draus. Genießt den Ausblick und seht euch etwas um. Leute, das war wirklich was Besonderes. Das Publikum ist beim letzten Rennen richtig durchgedreht. Unsere nächste Etappe führt uns nach Sistoran. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, Erster zu werden. Nehmt euch die Zeit, die Aussicht zu genießen. Die lunge zur Okeiika lighten. Schreib Dieushalen Steig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben ihr Ziel erreicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020